So, hier ein paar Ideen und Vorschläge, wie ihr Krebs verhindern könnt. Wenn ihr eure Mitochondrien beschützt, dann verhindert ihr auch neurologische Erkrankungen. Parkinson's, Dementia, and so many others. And many, all the diseases of aging, all the signs of aging. Alle Anzeichen für Alterung, zum Beispiel. So, whole foods. Vollkornprodukte, oder nicht verarbeitete Produkte. Organic, Bioprodukte. Ein bisschen Wein, ein Glas. Achte auf Salz, Zucker und Fleischanteil. Nicht, dass du keins davon haben sollst. Sei einfach vernünftig. Ein bisschen. So, dass ihr nicht übersäuert. But what makes you alkaline? Plant foods. Aber was macht dich basisch? Fischprodukte. Pflanzen. Pflanzen. Ah, Pflanzen. Pflanzenprodukte. Entschuldigung. So, yeah. So, plant foods. Peas and beans, nuts and seeds. Fruits. Fruits. Chemischen Produkte zu nehmen. Learn how to store paints and chemicals in your house safely. Lerne, wie du chemische Produkte oder pharmaprodukte speziell getrennt aufbewahren kannst. Try and get cosmetics and soaps and personal care. Ja, kosmetische Produkte und solche und persönliche Pflegeprodukte. Without chemicals. Die keine künstlichen Chemikalien beinhalten. Household cleaners. Oder Reinigungsprodukte auch. Like vinegar and salt and soda. Benutzt natürliche Produkte wie Essig oder Soda oder ja, säuerliche Reinigungsprodukte. Not Mr. Clean with formaldehyde. Nicht Mr. Clean oder Mr. Proper. Yeah. So, goodbye Mr. Clean, hello Dr. Clean. Ah. Ben mit, ja, hallo. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, we'll just finish the slide then. Wir machen einfach noch diese Seite, dann machen wir eine Pause. Some sort of contemplation. Meditation, yoga, art, music. Irgendeine Art von Abwechslung wie Yoga, Musik, einfach sonstige Beschäftigung, Bereicherung. Something to express your soul. Um deiner Seele Raum zu geben. To express you in this world. Um dich auszudrücken in dieser Welt. Weil alle anderen Jobs sind da schon von anderen besetzt. Du musst du sein. Und lass dein Licht scheinen in der Welt. Also nimm dir Zeit, um herauszufinden, wer du bist und was dich ausmacht. Um in der Ruhe mit dir zu sein, im Frieden. Und nimm diese Zusatzprodukte, die eben antioxidantisch wirken. Und try not to overeat or at least fast sometimes. Fast ab und zu und versuch nicht zu viel zu essen. Ja. So, lass uns eine Pause machen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank.